Freunde, es ist 7.04 Uhr und ich nehme heute ein Reaction auf um 7.04 Uhr, wenn ich nicht schlafen kann. Und zwar mit dabei, heute mein Mann des Vertrauens, a wife. Guten Morgen, Herr Oduman. Guten Morgen. Freunde, heute schauen wir uns, ich muss ein bisschen leiser reden, weil sonst, ich habe schon einen Anschluss bekommen, weil wir haben bei Lukas auch ein Reaction aufgenommen. Und deine Mom kam rein, Digga. Und meine Mom kam rein, Digga. Freunde, aber ich würde mal sagen, wir schauen uns heute die perfekten Posen, Challenges in Fortnite, perfekte Timing, Challenges in Fortnite an und das Video wird einfach nur so ablaufen. Hä? Uah! Was? Loges, Abo, bist du bereit? Also eigentlich würde ich gerade einfach nur schlafen gehen, Mann. Digga, eigentlich ich auch, Digga. Sollen wir einfach pennen gehen? Digga, warum nehmen wir um 7 Uhr morgens das Video auf? Ich weiß es nicht. Um 7? Es ist einfach 7 Uhr, Freunde, um die Uhrzeit schlafen, YouTube. Normale Menschen gehen jetzt zur Arbeit, stehen jetzt auf. Ja, und wir sind noch wach. Sind noch wach. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, wir schnacken dich gerade wieder rum und lasst da ein Like da und natürlich ein Abo auf diesem Kanal. Natürlich checkt auch Lukas seinen Kanal ab und ich würde aber sagen, Lukas, bist du bereit, Digga, für die perfekte Pose? Ich bin sowas von bereit, Mann. Los geht's. Go. Okay. Pose. Pose. Und? Du gehst. Abom die Gameplay von mir her. Digga! Okay, okay, okay. Sind das überwiegend TikToks, ja, ne? Ja, das sind nur TikToks. Und jetzt guck mal, die machen so richtig krasse Poses. Guckst du dir an? Krank, Digga. Es ist so gut gemacht, Mann. Oh, weiter geht's. Nächster. Okay, aufs Bett. Nein, nein. Oh mein Gott. Okay, weiter geht's. Nächster Clip. Von hinten. Statt weiter zu kämpfen, macht er erstmal sein scheiß Creecher. Wow, Bro. Boah, was war das? Aber das war doch editiert. Das war krank. Schauen wir weiter. Er macht's. Nein. Nein. Oh, wild. Was? Einfach mit Basis ins Gesicht, Digga. Okay, weiter geht's. Erst in der Geistform. Oh, ich glaub, das sieht geil aus. Das sieht clean aus. Der Typ lacht. Ich komm jetzt rein, Digga. Ey, nein. Ist geil, aber das hätte man geiler machen können. Safe. Oh mein Gott. Okay. Das ist cool. Das ist stark, das ist stark. Aber Real Talk, die ersten zwei, drei. Ich fand die bisher zum krassen. Freunde, aber ihr könnt natürlich auch mal euren Favorite reinschreiben, weil wir werden heute nur solche Clips angucken. Ich weiß nicht, es kommt bestimmt geistig gestorben. Lukas, wir machen weiter. Halt dein Maul. Okay. Ah, diesmal ein anderer Song. Ja, diesmal ein anderer Song. Ja, weiter geht's. Oh. Uff, das sieht auch geil aus. Oh, das sieht wild aus. Okay. Perfect Timing. Was? Das ist so ein... Nein. Digga, das ist so ein richtiger Stil-TikTok. Jeder, der Steel Bree noch kennt und den auf TikTok, der macht ja nur so TikToks. Echt? Immer nur. Immer nur so welche, Digga. Wo er halt so Rakete durchfliegt und dann irgendwelche Moves macht. Das passt perfekt. Ich weiß, der sieht so geil aus. Oh, mein Skin. Mein Skin, Digga. Mein Main. Der hat fast 10k damit gewonnen, mit dem Skin. Einfach klauen. Oh mein Gott. Okay, weiter geht's, Lukas. Yes, yes. Oh, Digga, Max. Was? Ich sag dir eine Sache. Seitdem die wieder im Game drin sind. Digga. Ich hasse die, Digga, so hart. Digga. Ich weiß auch nicht, warum die für die gevotet haben, Digga. Ey, die können so viel tanzen, wie sie Bock haben. Ich find die immer noch scheiße. Max sind einfach nur schlecht, Digga. Jeder, der auch da einsteigt, by the way. Bruder. Digga, ihr seid... Deine Hunde. Sag da nicht einen. Sag euch. Oh. Let's go, Digga. Ta, ta. Ja. Das sind so wie wir, so 6 Uhr morgens, wir sitzen und vor... Na lass es mal machen, machen. Digga, wir sind voll cool und dann nehmen wir das auf und landen das hoch, Alter. Yeah. Also ich find wirklich, wenn ein Tant scheiße aussieht, dann ist es der. Ich schwöre, das ist echt scheiße. Oh. Oh, das war Zufall, oder? Das war... Das war... Nee, doch, das war Zufall. Nein, war's nicht. Ist eine Private Lobby. Guck mal, nur 6 Spieler. Ach. Okay, machen die hier nur Tänze oder machen wir auch was anderes? Vielleicht Tschüss oder sonst irgendwelche Perfect Timings. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Elektra. Elektra. Hä? 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 Ach, er hat sich geriftet. Oh mein Gott. Er hat sich geriftet. Was ein Timing, Bro. Weiter geht's, Lukas? Bist du bereit? Hä? Ja, ich schlaf gleich ein, aber ansonsten. Es schwebt noch, Digga. Er ist auf diesem... Ähm... Jetzt bin ich gespannt, was ist jetzt passiert. Wie kann er sich jetzt retten? Er wird sterben, er wird sterben. Lukas, wir pausieren das Video. Okay. Ich geb dir eine Antwortmöglichkeiten, okay? Ich predikte... Gummireifen. Ich brauch gar nicht... Ich predikte... Er ist disconnected vom Spiel. Nee. Gummireifen oder Mülltonne, wo er reinspringt direkt. Stimmt. Mülltonne. Ich sag Mülltonne. Ich hab's... Dann sag ich Reifen. Ich sag Reifen. Weiter. Ich hab beides gesagt. Ich sag Reifen. Beides. Ich sag Reifen. Er steigt in ein Auto ein. Naja, jetzt. Hä? Uah! Was? Als ob hat er den noch geholfen, sagt. Als ob! Gib ihm! Gib ihm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hab's genommen, Bro! Hab's genommen, Digga! 1W4K? 1W4K? Wer kennt... Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Lol! Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab den gar nicht gesehen. Er wollte bauen... Kennst du das manchmal, wenn du bauen willst, aber noch Waffe draußen hast und schießt einfach? Ja, ich kenn ihn doch. Das ist so ein... Kennst du noch? Digga, bist du müde, Digga? Schlaf mal nicht ein, du Hund. Ob ich müde bin? Warte. Sag dir's mal, Leute. Bin ich müde um 7.15 Uhr morgens? Nein! Warum soll ich müde sein, Mann? Digga, das ist Primetime. Ich sag dir. Primetime für meine Arten. LoL! Oh! Oh! Oh mein Gott! Hä? Äh, äh, äh. Das war Zufall, weil es ist eine Public Lobby. Ja. Safe. Oh mein Gott. Aber es ist ein Teammate. Vielleicht haben sie es nicht abgesprochen. Aber was geht mit der ganzen Fortnite-Lobby, Digga? Ja, haben die LSD genommen oder was haben die? Okay, weiter geht's, Digga. Jetzt bin ich gespannt. Drunk, dead, game, wa? Okay. Nein! Digga! Ey, das war aber auch perfekt getimt, wie sagst du dir? Übelperfekt getimt. Krass. Aqua. Aqua. Deutsch, deutsch. Ja, ist deutsch. Uuuuh. Er sagt so 1, 2, 1. Er macht so... Ja, die haben sie abgesprochen. Boah, das war clean, Alter. Nein! Nein! Krass. Okay. Boah, wenn ich das schon sehe, so diese Grafik, diese Schwitzer nehmen, Digga. Oh mein Gott. Hä? Nein! Er hat gerade aufeditiert, Digga. Er hat aufeditiert, ja. Gib ihm. Was? Oh! Wilder Kill. Bro. Smooth. Ich wette, einer hat jetzt unten zugebaut. Ja, war klar. Und trotzdem, er schafft's. Nein. Oder nicht. Ähm. Oder nicht. Was war das jetzt zum Perfect Time? Ähm. Er sagt es in seinem Chat, Digga. Nein, 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 nein. Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. Es geht weg. Nein! Was? Er ist auf den Kopf gesprungen von dem anderen und ist gestorben. Aber das ist wieder Fortnite-Logik, Bro. Oh mein Gott. Ja, Digga, wenn ich dir auf den Kopf springe, dann sch... Ja, aber er war ja vor auf diesem Jump-Head. Also eigentlich hätte er keinen Fallschirm bekommen dürfen. Eigentlich nicht. Hä? Hä? Was war da? Weiter geht's. Hä? Ja, okay, Digga. Okay, Digga. Er hat genau den Hit abgewartet vom Gegner. Ich schwör. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das... Es war einfach zu gut grad. Holy shit, you found me. Okay. Oh, parallel, aber genau gleichzeitig. Alter, krank. Oh, da macht noch einer mit. Und auch perfekt. What the... Und das sind nicht Teammates. Es waren echt nicht Teammates. Krass. Digga, oben. Mein Bruder, Warhead, Warhelm. Egal, nächster Clip. Okay. Das ist 3-3-T1. Digga, der Name ist zu... ...Digga. Illig. Ganz kurz, bevor er zieht... Oh mein Gott. Aber er sieht aus wie... Er sagt so... Er macht so... Ach, scheiß drauf, Digga. Und ich werde ein Zehner. Er heißt Ralf. Er ist safe, Ralf. Er heißt Ralf. Er ist Ralf, Digga. Oh, Digga, ich hab gedacht, der wankt sich ein. In der Fett, Digga. No, 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 no. Lol. Tor, Digga. Und Tschüss. Tor, Ding. Uff. Das Timing, Junge. Perfekt gepasst, Bro. Krass. Das ist dein Blut. Habe ich das gesagt, Mann? Okay, Freunde. Aber mit diesem wunderschönen Clip... Nein, Ding, den wollen wir noch sehen, weil es ein sehr schönes Fortnite-Gameplay ist, Mann. Das war echt wunderschön, Lukas. Du hast... Oha, Junge, die hättet ja mies rein. Die hättet richtig mies rein. Okay. Ich hoffe, meine Freunde... Kann ich bitte Pause drücken? Kann ich bitte Pause? Ich tricke Pause. Ich tricke Pause. Mein Video, meine Regel. Ich tricke Pause. Bla, 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 bla. Ich tricke Pause. Okay, ich geb's auf. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch die Likes... Du kleiner... Hund. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Checkt euch mir vor mal Lukas' Kanal ab, denn er ist ein hässlicher Allmann. Wolltest du euch das zu sagen? Ja? Kleiner Hund, hör auf. Jetzt hab ich... Oh mein Gott. Kleiner... Alles ist kaputt gegangen. Freunde, wenn ihr es zugegeben, feiert habt, lasst ein Like da, haut rein, macht zu. Bis auch. Tschüss. Ich muss schlafen jetzt. Tschüss.